OXYTOXIN Und ich weiß, dass es wahr ist. Und ich spüre doch nichts. Es ist mir nicht einmal besonders egal. Es ist einfach überhaupt nichts. Nichts als eine emotionale Leerstelle. Seltsam, wie du deine emotionale Leerstelle beschreibst. Das ist ganz nah an dem, wie in den buddhistischen Schriften über das Nirwana gesprochen wird. Vielleicht ist er schon viel weiter als wir alle und längst ins Nirwana eingetreten. Rein äußerlich ist niemandem anzusehen, ob er schon ein Buddha ist oder nicht. Ich kann doch nicht am Nirwana leiden, mit dem jedes Leiden endgültig überwunden ist. Hier, probier es mal mit dem. Was ist das denn? Ein Nasenspray. OXYTOXIN Wird über die Nasenschleimhäute aufgenommen. OXYTOXIN Ja, ein Hormon. Frauen schütten es aus, wenn sie ihr Baby stillen. Es ist die Mutterliebe. Und damit die stärkste Liebe überhaupt, die mit OXYTOXIN in dir zu wirken beginnt. Man hat das getestet, ganz konkret. OXYTOXIN erhöht die Bereitschaft, sich mehr um andere als sich selber zu kümmern. Man fängt an, für gemeinnützige Organisationen zu spenden. Es wirkt auch bei Männern. OXYTOXIN 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 nicht in unsere Nahrungsmittel gemischt. OXYTOXIN 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 oder sonst irgendwas, was unsere von Gleichgültigkeit zerfressenen Gehirne heilt. In Deutschland hat Speisesalz mit beigemischtem Flur einen Markteinteil von 60%. 60% der Deutschen lassen sich Flur in ihr Salz mischen, weil sie was für die Gesundheit ihrer Zähne tun wollen. Wann tun sie endlich was für die Gesundheit ihrer Gehirne? Warum wird dieses OXYTOXIN nicht mit Flugzeugen über unseren Städten versprüht? Warum sind diese Flugzeuge noch nicht in der Luft? Wir brauchen die Dusche aus diesen Flugzeugen, dringend. Wir müssen endlich aufwachen. Warum zwingt uns niemand in ein Flugzeug nach Afrika? Warum müssen wir nicht in eins dieser verlorenen Dörfer, in einen dieser Slums, warum werden wir nicht gezwungen, diesen Menschen dort in die Augen zu sehen? Warum kein Zwangsbesuch an diesen Städten der Hoffnungslosigkeit, den Orten des Elends und Sterbens? Warum ist es nicht wie damals, als man die Leute in die KZs geschleppt hat, wo sie sahen, was sie zwölf Jahre lang nicht sehen wollten? Massenmord und Massensterben, das ist nicht das Gleiche. Das will ich einfach festhalten. Nur weil sie sterben, werden sie deshalb nicht gleich ermordet.